Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute schlesische Rauchwurst. Wir benötigen dazu Schweineschulter, Schweinebauch, Rindfleisch, Rückenspeck, Salz- und Kutterhilfsmittel, Zwiebeln, Knoblauch, Speisewürze, Gewürze und kaltes Wasser. Die genauen Angaben findet ihr immer unter dem Video in der Beschreibung. Das Rindfleisch, Schulter und Speck kommen mit den Zwiebeln in den Fleischwolf und werden durch die 3 mm Scheibe gewolft. Dann wird die Masse ein zweites Mal durchgelassen. Jetzt wechseln wir auf die 8 mm Scheibe. Dann wird der Schweinebauch durch die grobe Scheibe gelassen. Musik 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 Zitzen, die Zitzen sind. Das fein gewolfte Fleisch kommt in die Küchenmaschine Dazu das Salz und das Kutterhilfsmittel Gleich den Knoblauch mit hinein Und die flüssige Speisewürze Wie wir die herstellen zeigen wir euch sobald der Liebstücke bereit ist geerntet zu werden Dann lassen wir die Maschine laufen Mit der Zeit wird das kalte Wasser hinzugegeben Jetzt kommen die Gewürze dazu Und weiterlaufen lassen Nun geben wir auch die grob gewolften Bauchmittel hinein und lassen ihn ordentlich verteilen Ja Amen. Das Brät hat eine Temperatur von 9 Grad, also lassen wir die Maschine noch etwas laufen bis wir bei 12 Grad sind Das Brät ist fertig und kann abgefüllt werden Die Masse kommt in die Füllmaschine und wird festgedrückt Der Schweinedarm 2830 kommt auf das Füllrohr und das Ende wird verknotet Dann werden die Würste Luft freigegeben Jetzt wird die Füllmaschine gefüllt Das Ende verknoten und die Würste bei gewünschter Länge abdrehen Wir lassen sie jetzt bei 18 Grad bis zum nächsten Tag ein Dann kann geräuchert werden Erst einmal eine halbe Stunde bei 50 Grad ohne Rauch Dann kann der Rauch dazu und wir räuchern heiß bei 75 Grad ca. 1 Stunde Jetzt sind sie fertig und können aus dem Rauch Wir erhitzen Wasser auf 78 Grad und geben die Würste hinein Wir brühen 40 Minuten bei 78 Grad Wir brühen 40 Minuten bei 78 Grad Und nun schauen wir uns den Anschnitt an Sehr gut Ich hoffe unser Video hat euch gefallen Lasst gerne einen Kommentar da Abonniert den Kanal Läutet die Glocke Alles was ihr so von Youtube kennt Vielen Dank fürs Zuschauen Und dann geht's Auf Wiedersehen Und dann geht's Und dann geht's Kaffee Und dann geht's Und dann geht's